Musik Zu sagen, man könne die Langeweile durch Arbeit aufheben, verrät unklares Denken. Der Müßiggang kann durch Arbeit aufgehoben werden, weil er das Gegenteil der Arbeit ist. Nicht aber die Langeweile. Daher sind auch die allerfleißigsten Arbeiter, die ewig brummenden und schnurrenden Insekten, die allerlangweiligsten Wesen. Und wenn sie sich nicht langweilen, so kommt das daher, dass sie nicht wissen, was Langeweile ist. Musik Musik Alle großen Bücher Enthalten langweilige Stellen. Und die Lebensläufe aller Großen weisen öde Strecken auf. Musik Musik Müßiggang ist aller Laster Anfang, was die Leute nicht alles aus Langeweile tun. Sie studieren aus Langeweile, sie beten aus Langeweile, sie verlieben, verheiraten und vermehren sich aus Langeweile. Und sie sterben endlich an der Langeweile. Und, und das ist der Humor davon, alles mit den wichtigsten Gesichtern, ohne zu merken warum. Und meinen, weiß Gott was dabei. Musik 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 Musik